Unser neuer Erdbewohner, unser neues Haustierchen, der Coronavirus, hat auch den Bodensee ganz schön in Atem gehalten. Der Saisonstart, der eigentlich im April so beginnt und auch mit wunderschönem Wetter begonnen hat, wurde ganz schön nach hinten gedrückt. Vor allen Dingen für die Bootsfahrer, für die Freizeitkapitäne mit ihren Segelbooten, Yachten und Motorbooten. Alles ist anders. Der schöne April ist vorbei und wir hoffen auf weitere schöne Sommermonate hier am Bodensee, wo wir alle jetzt uns so richtig austoben können und vielleicht manches sogar nachholen können, was uns eben der Virus an Zeit genommen hat. Das meint auch Jens aus Nendingen. Er freut sich auf den Saisonstart und ist voll dabei, sein Boot, sein Sportboot auf Vordermann zu bringen. Joe, wenn du mich nach der Zwangspause fragst hier am Bodensee wegen Corona, kann ich dir Folgendes sagen. Wir hatten das schönste Wetter und durften nicht auf diesen herrlichen See und da haben wir natürlich alle darauf gewartet, dass es endlich wieder losgehen kann. Und die Boote dann zu Wasser sind und wir endlich wieder auf den Bodensee fahren können. Und seit gestern ist es dann soweit und wir freuen uns natürlich, dass wir das jetzt auch dann genießen können. Wie Jens bin auch ich zuversichtlich, die Segelboote wieder über dem blauen Wasser gleiten zu sehen. Einfach auch als Tourist, wenn man kein Boot hat, zu genießen, was hier am Bodensee so möglich ist. Wir hoffen auch, dass die Freibäder dementsprechend wieder aufhaben und sodass alles wieder im Gesamtpaket, was zum Bodensee gehört, eben zu realisieren. Nur mit viel Verständnis zur Pandemie und viel Eigenverantwortung ist es möglich, den Virus auszugrenzen in der restlichen Saison am Bodensee, sodass es vielleicht auch keine neuen Bremsen von der Regierung gibt, weil einfach der Virus sich wieder ausbreiten könnte, wenn die Menschenmassen am Bodensee sind. Wir drücken allen den Daumen, den Sommer wie früher hier am Bodensee auch 2020 wieder genießen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017